Wie du zum einen deiner Lederrüstung, aber auch den Strahlen eines Beacons eine von dir gewünschte Farbe geben kannst, das erfährst du in diesem Tutorial. Viel Spaß und gutes Gelingen! Hey und willkommen hier im Tutorial Center. In diesem Fall bin ich auf Minecraft.tools, einer Seite, die sehr viele coole Minecraft Generator und Tools beinhaltet. In diesem Fall geht es einmal um Minecraft Armor, als auch um Minecraft Beacon Color. Beginnen wir zunächst jedoch mit Minecraft Armor. Hier in diesem Fall sehen wir eine Art Kreis, bei dem wir die Grundfarbe einstellen können. In diesem Fall wähle ich jetzt einfach mal so eine Art Gelb-Grün-Ton aus. Jetzt in diesem Fall habe ich noch die Möglichkeit, das Ganze ganz extrem abzudunkeln, aufzuhellen oder dementsprechend farbiger zu machen und zu sättigen und zu entsättigen. Und in diesem Fall entscheide ich mich einfach mal für eine sehr helle, fast grau wirkende grüne Lederrüstung. Und jetzt in diesem Fall muss ich nur noch auf Generate Crafting klicken und hier bekomme ich in diesem Fall Commands. Mit diesen Commands kann ich jetzt ganz genau mir die entsprechenden Rüstungsteile geben. Und das versuchen wir jetzt zunächst einmal. Einfach den Command in Minecraft kopiert, mit STRG V eingegeben und ihr seht, hier in diesem Fall habe ich jetzt hier meine Lever Cap und könnte die ganz einfach aufsetzen und hätte genau die entsprechende Farbe. Doch wir wollen natürlich nicht ständig cheaten, sondern natürlich auch einmal das Ganze craften. Und hier in diesem Fall sieht man das Crafting-Rezept, welches wir dazu verwenden müssen und vor allem Prozentangaben. Und diese Prozentangaben geben an, wie dicht man praktisch an der selbst gewählten Farbe ist. Denn es gibt natürlich, da man hier die Farbe frei wählen kann, nicht immer genau diese Farbe in Minecraft, aber man kann sie mischen. Und das mache ich jetzt einfach mal ganz kurz. Und hier habe ich in diesem Fall meinen Rüstungsteil, welches zu 99 Prozent genau so gefärbt ist, wie ich es gewählt habe. 100 Prozent, wie gesagt, sind ziemlich unmöglich, außer ihr wählt eine der Minecraft-Standardfarben. Und ich finde es sehr cool, dass dieser Generator hier in diesem Fall so genau die Farben oder die Färbemittel bestimmen kann, die wir brauchen, um eine bestimmte Farbe zu erhalten. Nun, in diesem Fall gibt es aber natürlich nicht nur die Rüstungsteile, die man färben kann, sondern auch die Farbe der Strahls eines Leuchtfeuers. Und in diesem Fall habe ich hier eigentlich genau dasselbe. Und ich möchte jetzt hier eine Art blauen Strahl. Und den stelle ich mir jetzt einfach nochmal ein bisschen sehr dunkel ein. Und wenn ich jetzt einfach mal auf Find Best Stained Glass klicke, dann wird mir hier in diesem Fall berechnet, was ich dazu brauche. Und in diesem Fall sieht man, dass ich da nur bis auf 77 Prozent herankomme. Und wenn ich mich jetzt hier noch so ein bisschen rumtaste und zum Beispiel weiter nochmal in den blauen Bereich gehe und jetzt nochmal hier raufklicke, dann sehen wir, jetzt können wir zum Beispiel nur zu 65 Prozent in diesem Fall die Farbe treffen. Oder wenn wir so eine Mischfarbe nehmen, dann treffen wir in diesem Fall nur zu 53 Prozent. Also so ganz genau ist das natürlich schwer zu machen. Diesen Orangeton hier sollten wir in diesem Fall aber hinbekommen. Und ihr seht wieder, dass wir hier einfach einen Orangenblock setzen könnten und dann würden wir zu 85 Prozent unsere Farbe erhalten. Wir wollen aber natürlich das Ganze möglichst gut machen und deswegen wählen wir natürlich 98-prozentige Genauigkeit. Darf ich präsentieren? Das in diesem Fall ist der fertige Beacon. Und die Farbe kommt wirklich dem echt nah, was wir hier gewählt haben. Der Generator funktioniert also einwandfrei. Ich verlinke euch das Ganze in der Videobeschreibung. Da gibt es auch noch einige weitere sehr coole Funktionen, die ich euch in den nächsten Videos gerne noch einmal vorstelle. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn du möchtest, kannst du dir natürlich auch gerne einmal meinen Vergleich von Minecraft mit der Realität ansehen. Das Video dazu ist jetzt dort verlinkt. Ansonsten freue ich mich über deinen Daumen nach oben und bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.